So, und damit zurück. Oh, was war das? Ich hör was, ich hör was. Ah, hier der ehemalige Mitarbeiter. Jason ist hier doch. Ich hab ihn mal umgenatzt. Ich glaube, dem ist ein Unfall passiert. Der hat eine Gesichtstransplantation. Und der hat so ein Masker auf, ne? Oder es steht nur auf Sadomaso, eins von beiden. Ich weiß nicht. Du hast noch gar nicht gesagt, ich kriege sie zurück, oder so. Muss ich das sagen? Nö. Ja. Nein. Hab ich doch. Ich hab gesagt, willkommen zurück. Ich muss mal richtig zuhören. Alter, was? Ich hab Videobeweis. Ach so. Wow! Herr Meier, ich steh hier. Wollen Sie ein Schiff erschlagen? Ja, Meister. Zwei Rehe auf einem Haufen. Ich hab's nicht getroffen. Der Baum geht nicht, du. Der ist ja blöd, du. Spring weg. Er ist ja mein Speer weg. Ach nee, hier ist er. Ernsthaft. Oh, Mistre. Wie ist er grad? Ich krieg hier. Oh. Oh, Alter. Scheiß Baumstumpf in den Weg hier. Oh, Alter, Scheiß. Ich will da in den Weg bringen. Fälle hab ich da mit. Oh, ich hab schon zehn Rehefälle. Boah, warte mal. Das reicht mir jetzt hier. Jetzt krieg ich schon gleich einen Anfall. Hm? Warte mal kurz diesen blöden Baumstamm hier weghocken. In dem ich immer wieder hängen bleibe. Die ganze Zeit da. Finde ich schön hängen geblieben. So. So. Wö. 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 Verpisst euch doch. Ich bin in Ruhe. Mein Fleisch aufhängen hier. Aber das sieht alles sehr gut aus. Ich mach mal hier Parkplatz. Alter, wie viel sind das denn hier? Vier, fünf. Hey, tschüss. Äh, hier ist übrigens euer Ekliger mit den 95 Beinen. Maxi, wenn du jetzt nach rechts gehst, an den Stein, hängt er fest. Ich hab keinen Wollertauf mehr, nix mehr. Ich hab noch Brandpfeile. Er geht auch ohne Brandpfeile. Nimmst du nur eine Bolzen hier. Schussiräte nehmen, ich weiß, ihr sagt. Hier die, der Armbrust. Der Armbrust von der Jupp. Der musst du nehmen. Das alte Gerät, das ist super drauf. Hey, mach das doch nicht kaputt, du blöder Vogel. Brauchst du vier Dinger, musst direkt zielen auf Kopf am besten von Muschi Klaus und dann geht kaputt. Also hat zumindest der Jupp gesagt, ne? Wie, das macht aber auch eklige Geräusche, das Ding. Warum liegen hier eigentlich Mitarbeiter tot im Wald rum? Können Sie mir das sagen, Herr Müller? Nö. Ich kann mir das nicht erklären, doch. Haben sie wieder mit den Bäumen an dir erschlagen? Könnte vielleicht passiert sein, ausnahmsweise vielleicht, ja. Bin verwirrt. Oh Gott. Kümmern dich mal um den anderen da. Ich? Ja, du bist gerade da. Eigentlich ja nicht. Braucht ihr Hilfe? Oh, fuck. Wie, was hat er denn für eine Maske auf? Ihhh. Wie eklig sieht er denn aus? Er ist der real slim Shady, oder? Warum kann er sich rollen? Ja, verpiss dich. Mann. Come on. Ich bin tot. Na, echt? Er pfiff. Das hat mich angesprungen, Mann. Medizin, eben. Ich hab keine Energie. Wo seid denn ihr? Unten am Lager. Ich komme. Ich hab mich aber schon, der war füllstift. Ich würde dich ja gerne Dingsen, aber der hüpft auf dir rum. Kann das sein? Ja. Okay, ich kann mal. Der hat aber schon gefressen. Viel dürfte er nicht mehr haben. Wie viel hast du denn? Wie viel noch? Gerade mal beim Mund. Okay. Kommt der jetzt mit mir? Mit! Nein, der kommt gar nicht mit mir mit. Der prügelt ja weiter auf dir rum. Jetzt bin ich nicht bei der Nase. Ist das Göni? Nee. Das geht auch nicht. Lass ihn nicht todhauen. Hä? Ich muss ihn erst mal wegkriegen von dem. Augen. Der ist mir tot. Oh nein. Er hat auf dir drauf gerampelt. Jetzt haben wir ihn auch erlegt. Mein Rucksack wird in Ruhe gelassen, sonst gibt es Ärger. Natürlich. Den liegt er auch gar nicht. Doch, der liegt hier. Doch, der lag hier. Hä? Wo ist der hin? Wahrscheinlich sehen nur wir den. Äh, nur er den. Nee, ich habe ihn. Oh Gott. Oh, dein scheiß Ex. Der kann ich nicht das Genick brechen. Ich hatte keine, ich habe keine Armbrustpfeile mehr. Scheiße. Mann, der hier ist kein Platz mehr. Ich bin ein Stock. Lustig. Ja. Hallo, kleines Gästchen. So, nur ein Stock. Warum muss ich eigentlich so weit laufen? Ist das Flugzeug jetzt woanders? Nee, das ist eigentlich nicht so weit. Genie, ich bin, seitdem ich tot bin, unterwegs. Ja, dann musst du schneller laufen, wenn du weißt, dass du so langsam bist. Alter, eher, ne? Immer mit deiner großen Schnauze manchmal. Einmal reinschlagen, bitte. Ja, Baby, schlag mich. Mit hier in den Arm. Nee, ich bin nämlich... Guck mal bitte, wo ich gestartet bin. Da. Loll. Unten mittig auf der Karte. So. Vielleicht ist auch... Einfach Flugzeug woanders. Ich bin völlig verwirrt hier mit diesem... Zuhause. Ja, hier stehen keine Bäume mehr. Das heißt, hier muss ich zu Hause sein. Guck, ich komme nämlich auch von hier unten, von anderer Richtung. Normalerweise Flugzeug da, wo du bist, irgendwo. Ja, relativ nah eigentlich. Normalerweise ja. Jetzt, ich bin zu Hause. Ich möchte hier noch ein Ding hinbasteln. Entschuldigung. Für der Österchen. Ähm, ist gut, dass ich Mutantenrüstung aufhebe und Kahn immer im Inventar habe. Ach ja, die Mutanten. Die Mutanten von den Mutanten und den Mutanten. So, das Häschen packe ich erst mal in den Käfig. Häschen in der Kube. Hey, du Chef hier von Baustelle. Hallo, ey. Ich habe ein Bewerbungsgespräch jetzt mit dir. Du kannst nicht abhauen. Ich bin ein neuer Mann. Nein, ich brauche eine Krankmeldung. Du hast es nicht gebracht. Nein, ich bin ein neuer Mann. Anderer Mann, Baumstamm auf Kopf. Ich, neuer Mann. Du, nicht wolle neue Arbeiter? Gut, ich mache andere Sachen. Wenn ich will. Arbeitskraft günstig aus Polen. Der hat schon. Ich bezahle jetzt 5 Dollar weniger als bei letztem Mann. Das ist mir egal. Ich bin hier auf Baustelle. Du ignorierst mich. Das ist nicht okay. Soll ich jetzt Bäume machen? Ja, mach kaputt. Ah, guck mal. 35 Euro die Stunde. Ja. Sackgesicht. Ja, ja. Für ein Schiff. Oh nein, jetzt müssen wir hier voll viel Zeug wegschmeißen. Pass auf, dass du nicht richtig Baumschau mal auf der Kopf raufstuhl. Der Scheiße. So, die letzten Meter, Peter. Du kannst nicht mehr schmacken. Kleine Steine. So, ich glaube, die müssen weg. Die letzten Meter kommen, Peter. Ist gar nicht. Hauptsache diese Beine, die hier oben hängen. Die sind super. Das wäre Durchfall. Hast du schreien gehört? Ja. Er steckt auch einfach etwas tief in seinem Hintern. Braucht jemand was zu essen? Ich kann was runterbringen. Ja, du kannst mir mal dreimal Fleisch bringen und nimmst von mir mal dreimal rohes Fleisch mit. Weil eben habe ich irgendwie, vorhin habe ich getrocknetes in meinen Rucksack gepackt, aber jetzt ist es irgendwie wieder roh. Das ist der Butterfly-Effekt. Kennst du den? Oh, hallo. Du komischer Vögel. Oh, hier sind mehrere komische Vögel. Oh, hier steht Saftpust. Ich brauche das nicht. Ey, der kloppt auf eure Wand hier. Wo? Ey. Na hier. Na, mach ihn weg. Ja, ich bin dabei. Chill. Hey, Millie. Das ist wieder der mit den ganzen Kreuzen. So aus wie ein Alien. Creepy und so. Oh, ja. Geh mit deinem... Oh, Nüppel da weg. Hä? Kann ich dir nicht... Hey, Bruder, das habe ich dir nicht gesagt, sollst du gehen woanders hin. Komm. Hallo. Hey, du hast den... Hä? Was hast du denn mitgenommen? Wo ist Feuer hier? Ja, ich weiß hier auch nicht, wo irgendwas ist. Irgendwo war hier Feuer. Ja, hier oben irgendwo, glaube ich. Oder? Nee, auch nicht. Was ist das hier? Ach, hier. Wo bist du? Warum geht das nicht an? Leg dir... ...den Kram hier hin. Oder kann ich dir das auch geben? Einfach. Nee, leg mal hin. Muss ich nicht geben? Nee. Ach so. Doch, ich kann das aus der Hand nehmen. So. Äh, so. Hier. So. Huch. Entschuldigung. Hast du? Mhm. Aber das kann ich... Dann müssen wir das genauso machen. Ähm, hier ist Loch. In Erdenboden. Schon zu doll kackt. Okay. Okay. Geh ich mal gucken, ob ich... Waschbären... Waschbären... So. Schön, schön. Hey, Chef. Guck mal, mach ich sogar Nachtschicht. Komische Geräusche hier. Scheiße. Ich muss mal mein ganzes Geld da drauf holen. Ich glaube, ich gehe jetzt zu die Tante da und helfe die mit dir. Ja, bei uns unten am See sind schon wieder welche, ne? Ach so, wollt ihr euch sprengen? Will irgendwer euch von euch sprengen? Ach, warte mal, jetzt kann ich ja auch basteln, ne? Eventuell. Warte, da habe ich kein Klebeband. Doch. Ja. Ja. Oh, tippt auf. Da ist verrückt. Du war in den Baum geklettert. Oh, was fehlt. Oh. Boah. Ha! Ups. Da ist er noch. Moment. Und... Oh, irgendwo noch. schon ein so kopfbombe was man eine kopfbombe kann man bauen dies voll sieht voll witzig aus was braucht ihr klebrigen stoff oder ganz normal die bringen ist immer besser haftet der am opfer oder am baum zum beispiel und dann so wollen wir mal schlafen gehen wie klebrig kann man denn diesen dings machen einmal dran hinter dir sich zumindest ich habe zu viel musste selber aufheben sprengstoff ja ich komme so schmack sie das maxi wieviel witzen so mach mal ruhig voll we're sleeping to the night to the night so müssen wir mal speichern kinder aus der tür raus echt mal ja mal sorry that's my fail die sachen sind noch nicht gut es sind echt noch weniger er ist schon wieder am bäume sägen hier ja mann er sägt gerne er ist gernot der säger was soll ich machen das ist das wofür ich kriege geld das einzige was du kannst sägen und später ich werde polnisch lasterfahrer dann müssen wir truck simulator spielen ja das geht auch so zweit wow echt ohne scheiß ja wow kann man auch online zocken das ist voll unnötig du musst ja nur noch 256 baumstämme sammeln das geht doch das ist nicht für die leute die da zuschauen nicht unheimlich langweilig wenn ihr die ganze zeit nur baumstämme sammeln bei mir sieht man das ja nicht ja aber bei mir ist immer was los hier boah schneeschuhe kannst du machen und hier zeug reparieren was die trottel hier kaputt gemacht haben die banausen hier nicht ich bin noch kaum ein stück das wenigstens nicht mehr oh geh doch weg du trottel was willst du denn hier wie viel seid ihr eins zwei zwei na komm ins wasser und jirp einfach wie ich stürmen kann komm oh nee hier ist wieder so ein brüllendes irgendwas was ihr da ich glaub das läuft auf euch zu kann das sein boah hier sind übelst viele scheiß den ist aber auch irgendwie langweilig den viecher die hängen alle da bei dir am wasser rum ja weiß ich oh gott ich geh wieder da ist dieser komische meine fresse die scheiß die man's hemmt lass mich den will ich nicht töten den könnt ihr selber töten der ist voll was der komische denn der eklige fette der kommt grad zu euch der ist doch schon muschiklaus meinst du den da hinterm oh schon keine ahnung das seh ich nicht mehr muschiklaus ist da mir egal den klebe ich erstmal so ein Bömpchen an den Arsch eine schmaffte ja wie sind das denn hier bist du oh fünf stück oder was ich hab das Gefühl dass desto größer desto größer wir bauen oder so viel wir bauen desto mehr kommen hab ich das Gefühl ja und so mehr halten die aus irgendwie ja gefühlt halten die wirklich viel aus hier oh hier hat irgendwas gerumst was war das ich hab Kaloppe da eins mal begrüßt hallo ihr gänse psycho viecher wo ist der gleich schnell es ist voll viel unterwegs dich mein ja voll in deinen Arsch stochen hä hä ich glaub da meine Fresse das hat das gedauert doch aber voll ins Auge oh geht doch an die nein das Wasser nicht trinken so haue haue ja kein Wunder jetzt sind noch 20 volle Wagen und eine stamm das werden wir ja wohin kriegen ich weiß nicht mein bester Mann du der wurde erschlagen vom Baum das war der Herr Müller der war gut aber das ist leider Geschichte ist bescheuert ich bin bescheuert ne nicht im Leben ne ne und der neue der Kowalski der kann doch nicht so gut wie der andere ich glaube der ist auch ein bisschen verrückt aber weißt du Jupp Jupp war der Beste der ist leider in der Höhle verschollen irgendwo ja ohne Jupp ne der hätte ich nicht so lange überlebt auch auf den Baum ohne Jupp hättest du gar nicht überlebt der hat auch die Modus hier gefunden aber weißt du was die Folge ist gleich vorbei hey schau die Kattensäger nicht laufen was ist da los da musst du mal hier zu mir hinkommen du wieso Party oder was jetzt hab ich grad keinen Sprit mehr so oh nein oh ich dachte ich bin da direkt krank oder kann der da nicht hochspringen warum nicht ach ja oh warum denn fünf Stück wahl fünf Stück dich besuchen ja ich geh jetzt wieder zurück die spinnen doch ich glaube ich spinne die Römer ich spinne die Kannibalen schau's man sich keine Kannibalen fangen kann ja und dann brüllen die nach anderen und kommen immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr fangen und dann die Zunge abschneiden und da kann man ihm vielleicht noch Namen geben ich würde meinen Benjamin nennen ja Benjamin der Kannibale das passt doch irgendwie einer würde Regen heißen und ich würde den Grün anmalen wo sind dann hier der Baumstämme hier beim Meer wo bist du denn es wird grad auf eure Dings gekloppt da hinten wo kloppt dann einer äh hier unten äh fünf oder so oder vier was ist denn fünf oder vier vier oder fünf sechs oder sieben achso die Anzahl der Jächner ich dachte auf Position fünf kloppen die ich hab mir gedacht was ist Position fünf ich hab mich doch nicht an doch einfach weg blöde Kuh eins zwei drei vier fünf siebzehn neununddreißig du machst das schon wir glauben an dich fünf zwölf nein mach ich nicht hallo hallo ich glaube wohl es scheppert bei euch seht so dass ein Land gewinnt aber ein bisschen plötzlich ja was du du noch einer so Jupp Jupp Junge du bist es oh ja jetzt krieg ich auch die Fresse genau kann ausdauern aber wie viel Feine will der denn noch fressen oh wie sie immer wegrennt ne oh das war meiner Alter das war voll mit Absicht du bist voll in meinen Pfeil gelaufen nein das hast du voll mit Absicht gemacht nein hab ich gar nicht ich hab Videobeweis hm du bist voll in meinen Pfeil gelaufen ey ohne Scheiß Mann doch ich bin voll woanders lang gelaufen ja und ich hab den Pfeil daneben geschossen weil ich dachte der rennt gleich in die Richtung aber nee ja genau nein ohne Scheiß wirklich du kannst das gleich angucken weil der Folge ist jetzt nämlich vorbei okay tschüss tschüss tschüss